Und... Wir kriegen dermaßen auf die Fresse. Nun... Wir kommen zurück zu den... Folge 28. Ich weiß ja jetzt wieder, wo wir sind. Ich habe gestern eine andere Folge aufgelandert. Ähm... Hier sind die Leute, die haben in einer ungünstiger Weise gestorben. Ach ja, genau. Ja, ja, ja. So war das von hier. Genau. Nein. So fangen wir an. Schleichen wir an hier. Nein. Nein. Der hat nichts gedroppt. So, hier irgendwo war noch ein Zombie da. klipper. Glibber. Oh, 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 oh. Okay, gut. so jetzt haben wir erst mal den schritt hier auf den schutz an jetzt geht ach stimmt kleinen moment ich muss mal ganz kurz ausschauen ok gut dann geht es weiter hier ist noch muni und jetzt sind hier aber neue monster gekommen eben aber ich wollte gerade sagen ich glaube das vier steht wieder auf hallo ja mein gott so schwer kann das auch nicht sein kaffee Okay, und jetzt müssen wir noch ein weiter zurück. Hier war noch irgendwo ein Zombie, oder? Ja. So. Jetzt müsst ihr aber frei sein, oder? Ja, gut. Haben wir aufgeräumt. Gelibber, und... Kümmern wir uns mal wieder um den Scheiß hier. So. Oh, 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 wo kommt der her? Wo kommt der her? Wo kommt der her? Okay, das ist ein bisschen kacke jetzt. Du bist wenigstens tot jetzt, und dein Kollege kann mal herkommen. Ach, oder? So. Wir haben schon wieder 10.000 Schleim, dafür dass wir eben nur noch 2.000 hatten. So. Du bist down. Was haben wir da? Nichts besonderes. Oh, Licht vielleicht. Oh, okay, okay, gut. Das ist dann wahrscheinlich der... ...einzige Weg. Ist grad die Tür hinter mir zugegeben? Ja, okay. Irgendwas sucht mich hier. Jo, gibt's einen Grund, warum die Dinger leuchten? Das verwirrt mich grade. Warum die Dinger anfangen zu glühen. Okay. Schnell durch, Alter. Das Vieh war nicht grade, sah nicht grade besonders nett aus, ey. Wieso glühen die Dinger? Hier ist noch Schleim. Können wir da durch? Nee, können wir nicht. Aber es sche... Ja, ja, die Tür geht laufer vielleicht zu. Jetzt müssen wir es hinter mir auszuziehen. Nee? Schade. Hm. Doch, doch. Jetzt. Okay, 18 Reward-Munitionen. Wir können nochmal upgraden jetzt. Okay, jetzt kommt sowas von... ...sowas von Bossfight kommt jetzt. Ähm. Ach nee, warte, da können wir doch nochmal die andere Pumpe hier auf... Ach nee, die hatten nur 2 Schuss, ne? Ja, aber Shotgun-Money auch voll. Magnum haben wir nichts. Sniper-Money haben wir auch gar nichts. Gibt's ja keine Notizbuch dieses Mal? Ah doch, ne, ein Kartenfach-Magnum. Keine Notizbuch heute? Gut, dann nicht. Oh Gott. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Nääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Wir haben doch einen Schlüssel letztes Mal gehabt, das ist cool. Dann können wir... So, wat? Komm, das sieht doch freundlich aus hier. Das, da ist bestimmt was Cooles drin... Brauchen wir nicht... Die können wir mitnehmen. Gut, wo ist die alte jetzt? Keine Ahnung, I don't care. So, ich würde eigentlich gerade sagen, dass wir die Shotgun-Munition vielleicht mal Magazinkapazität hier. Zack. Und nochmal. Zack. Dann können wir nämlich gleich mehr von dem Startgebiet da mitnehmen. Na, Feuerte bringt mir nicht wirklich viel. Und hier vielleicht Genauigkeit. Kritischen Treffer, komm, die können wir nochmal mitnehmen. So, dann haben wir gleich wenigstens während des Bosscheids ein bisschen kleine Verbesserungen, die uns auch was bringen. So, und ab zurück. Mal gucken. Bin ich gespannt, ne? Ob wir wieder verreckend sind, oder ob wir das diesmal vielleicht mal ein bisschen schatten will. Achso, wir müssen erstmal die Shotgun auswählen. Dann können wir nämlich noch zwei mitnehmen. So. Da ist auf jeden Fall ein Bossfight drin. Da kann ich mein linkes Ei drauf verwenden. Dann. Der leuchtet frün. Scheiße, das ist im Arsch. Ah, hier kann ich was wieder rausnehmen. Wo kann ich die Dinger denn... Ach, hier kann ich die reinpacken. Ah. Ah. Okay, 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 okay. Gut. Also. Den. Kann man die nicht irgendwie drehen, oder so? Kann man die nicht irgendwie drehen, oder so? Weil so bringt mir das noch nichts. Also so. 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 Ne, ähm. Weil das ist der Lift. Wir brauchen jetzt den Lift. Deswegen würde ich den da hinsetzen. Aber das kann ich halt nicht drehen, oder? Ich kann die Dinger nicht drehen. Achso, und jetzt ist der Lift an, oder wie? Verdammt. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Ah, jetzt ist der Lift. Okay, jetzt müssen wir nur noch eine Verbindung zu dem Supply herstellen. Und, ah, okay, so jetzt. Und jetzt müssen alles drei... Ne. Jetzt müssen alle Sachen hier, äh, Strom haben. Und... Wir kriegen dermaßen auf die Fresse. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Vieh, Alter? Oh, okay. Ähm. Hallo. Kannst du mal offen, mich zu besprengen? Das ist laufig. So. Davon holen wir jetzt Sprengbolzen raus. Und, ich würde das gleiche nochmal machen. Ich würde ein Frostbolzen. Zwei herstellen. Davon zwei. Drei vielleicht auch. So, okay. Ah, er ist jetzt bei den Löchern da oben. Da ist er da. Okay, jetzt muss ich ihn da wieder raus. Hä? So, und dann geht's wieder hier. Eins. Zwei. Drei. Dann nehmen wir nochmal eine Spritze. Alter, das ist ein Vieh, ey. So. Jetzt müsste er sich theoretisch wieder nach oben verkriechen. Ich glaube, jetzt ist es gerade weglaufen, angesagt. Okay. Raus aus dem, raus aus dem lilanden Zeugs. Okay, okay, okay. Wir nehmen die. Okay. Oh, Digga. Das ist voll das Computer, ey. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga. Achso, das Ding ist tot. Okay. Es gibt ordentlich Schleim. Wahrscheinlich wieder 10.000. Yo, läuft bei mir. Okay, davon habe ich alles noch voll. Von der Revolver, wo ich es nicht habe. Habe ich nur Revolver? Habe ich gar nicht benutzt, oder? Doch, zwei Schuss. Da werden nur Revolver gedroppt, oder? Das ist ja. Okay, gut. Nochmal hier Drogen nehmen. Läuft so. Hallo? Ah, jetzt. Wenn das hier jetzt nochmal kommt, ne? So. Und jetzt können wir auch den Schalter hier betätigen. Genau. Oh, wie sicher. The Evil Within. Habe ich eigentlich mein Gaming-Modus an? Ja, ist an. Okay, weiter geht's. Ich denke mal, das Kapitel hat jetzt, nimmt jetzt ein Ende, oder? Das Kapitel können wir die Folge jetzt auch noch zu Ende spielen, oder? Oh, jetzt zweimal Schleim. 300 nur, aber Schleim. Oh, da lang. Es stürmt etwas. Oh. Ein Schlüssel, geil. Ah, sind wir jetzt nicht da? Ah, ich glaube, ich weiß langsam wieder, wo wir sind. Oder wie es jetzt weitergeht. Oh, 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 oh. Lebt er? Nö. Black Hair Curse. Wunderschöne Haare. Beauty. Ich. Wirst. Also, ich wirst, ne? Ja, du wirst. Die Sound sind gerade richtig eklig. Leiden. Oh, nein. Mein bester Freund. Ich glaube, es ist Rennen angesagt. Oh, nein. Ich glaube, es ist Rennen angesagt. Warte, ich bin in der Psychiatrie jetzt, oder? Das ist teilweise echt so unlogisch, was hier passiert, ey. Aber ich würde sagen, dabei haben wir ein perfektes Folgenende für das nächste Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder haben. Vielleicht schon bei Haaren. Kartoffeln. Kartoffeln. Daumen nach oben. Kommentieren nicht vergessen. Wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, gebt einen Daumen nach unten, wenn ihr wollt. Und begründet aber in den Kommentaren bitte, warum euch das Video nicht gefällt. Ich wäre mich sehr dankbar für, weil dadurch kann ich mich verbessern, auf euch mehr eingehen und wir alle haben mir Spaß dabei. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Check die Infobox. Tschüss.